Winter der Legenden. Am 13. Februar die Pudis. Wir wollten nicht durchschnittlich sein. Wir wollten immer vorneweg hier. Das Abschiedskonzert. Wer nicht kurze Zeit lebt. Nach fast 47 Jahren auf der Bühne. 17.000 Fans. Ein großer Abend. Die Lieder, die werden bleiben, die Erinnerungen werden bleiben, das trägt man sein ganzes Leben mit. Die Pudis. Ein Leben für die Rockmusik. Am 13. Februar ab 20.15 Uhr im NDR. Verhalte diesen Abend und in guter Erinnerung.